Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Lufia 2 Wrath of the Sinistrals. Wir waren hier stehen geblieben und es geht weiter. Die Kugel da könnte dieses Gerät sein. Gut, alles was wir jetzt noch tun müssen, ist die Kugel zu zerstören. Okay, schafft ihr schon, ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Zerstört die Kugel und der Fluchtzauber wird wieder funktionieren. Gut, ich tue es. Nimm das. Oh, easy. Eine etwas rabiate Methode, aber sie scheint funktioniert zu haben. Die Blockade ist weg. Na endlich, dann lasst uns jetzt hier verschwinden. Hey, Dekka? Oh nein, Dekka! Verdammt, ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Heilige Kacke. Was? Ihr werdet diesen Ort nicht leben verlassen. Nur lebst? Ahahaha, tschüss. Geht, geht, flieht, solange ihr noch könnt. Dekka, halte aus, ich bin schon unterwegs. Nein, der Tempel stürzt vorher zusammen. Hau ab, Donkey. Glaubst du, ich lasse dich hier zurück? Der Tempel bricht gleich zusammen, Iris, bring sie zurück, jetzt. Aber? Ich sagte jetzt. Flucht. Eidora, ich verfolge dich bis an das Ende der Welt. Nein, Dekka, nein! Dekka! Das ist nicht dein Ernst. Dekka. Nein. Das darf einfach nicht wahr sein. Es wird ihm schon nichts passieren. Er kann gut auf sich alleine Acht geben. Ich hätte den Fluchtzauber nicht zu früh einsetzen sollen. Wenn du es nicht getan hättest, wären wir alle verloren gewesen. Hm. Ich kriege ja die Gänsehaut, ey. Wo gehst du hin? Ich werde für Dekka beten. Mehr kann ich im Augenblick nicht tun. Ja. Ich hoffe, deine Gebete werden erhört. Erhört. Was machen wir jetzt, Doki? Ja, wir setzen unsere Reise natürlich fort. Kein krasser Dialog mehr? Dass Dekka jetzt weg ist? Was? Als ob! Was? Niemals, Alter! Was? Ich hab jetzt erwartet, dass Dekka jedenfalls noch irgendeinen coolen Dialog kriegt. Von den Leuten. Dass der... Dass die jetzt irgendwie... Verzweifeln erstmal so irgendwie so mega traurig sind und so. Dass Dekka nicht mehr da ist. Was? Warum? Alter! Nicht deine Ernte! Was? Ich mein... Was? Okay, das ist so uncool. Das ist so uncool. WTF! Scheiß auf Zauber brauche ich nicht. Puh! Als ob, Mann! Einfach als ob! Leck mir die Nüsse! Das stört mich jetzt so ein bisschen, muss ich sagen. Das regt mich gerade ein bisschen auf. Aber wir haben ja noch Dekas Rüstung, oder? Wir haben das Dekas Schwert und so. Nicht? Warte, verliert man dann Dekas komplette Ausrüstung? Ich dachte, die behält man dann jedenfalls. Oh Mann, ey, komm, das ist jetzt ein Kritikpunkt, der ist mir damals nie aufgefallen. Oh Mann! Er ist gar noch nicht wahr, Stein! Als ob! Das ist nicht cool. Das ist so nicht cool. Halt die Schnauze, Hundi! Geh weg! Ich bin depressiv jetzt. Ja, das ist traurig. Kitos! Freu dich! Shop! Ab in den Shop! Okay, das Ding, also... Wow! Ähm... Den Morg... Alter, der Morgenstern! Zehntausend! Heilig... Okay... Okay. Also jetzt kriegen wir erstmal... Gute Ausrüstung, ne? Als so Dekas weg ist, brauchen wir auf unbedingt mehr... Damage. Das ist jetzt nur für eine Besserung um vier. Federjacke, Besserung um neun, aber der Dings ist kacke. Aber da gibt kein ZP. Glaszylinder. Könnten wir holen. Das wäre für... Doki eigentlich besser. Das ist... Oh, Leute, das ist ein Silberheim. Oh. Ähm... Ja, wir kaufen hiervon noch... Ja, Selan. Selan kriegt noch ein Glaszylinder. Weil Selan sowieso halt ziemlich... wenig Def hat und so. Ey, Mann! Das ist kacke. Das ist kacke. Komme gleich! Äh... Das ist irgendwie komisch, aber ich mag ihn. Weil dann würde ich hier noch ein bisschen leveln. Demnächst. Geh weg. Fumi, dein Ernst? Du musst noch unbedingt einmal angreifen. Aber gut, ähm... Ach, hier sind Rätsel, genau. Wir kommen in Shaya... Äh, im Shaya-Labor von Dextis. Ich wäre es nicht glaubt, der ält sich. Ähm... Ähm... War das links? Ja, dann nochmal hier. Genau. Und wir können rein. Hallöchen, Lexus, na? Ich bin zu beschäftigt. Können wir später miteinander reden? Nein? Ich will mir die Maschine angucken oder so. Hä? Müssen wir nicht hier hin? Schalter! Hä? Nein, können wir nicht. Hä? Müssen wir nicht? Warte mal. Wir mussten doch... Mensch. 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 Äh, okay. Ich springe hier mal kurz zurück. Ich war der Meinung, wir müssen jetzt schon zu Lexus. Mann, jetzt geh doch hier durch. Ja, ähm... Aus der Treppe, da könnte man... Würde man nur rauskommen, wenn wir... Mann, halt die Schnauze, der Hundi. Gibt's nicht irgendwas so wie Flucht oder so? Ähm... Wenn wir die falsche Tür genommen hätten und runtergefallen wären. Ah, okay, dann müssen wir zuerst hier hin. Okay. Oder? Ich glaub, wir müssen zuerst hier hin. Machen wir halt erst diese Gegner Platz. Tja. Ich würde Guy bitte wieder auf dem rechten Platz haben, irgendwie. Ich weiß nicht. Ich mag... Ich hab Guy immer auf dem Platz gehabt, irgendwie. Deswegen... Würde ich ihn bitte da wieder haben? Gerne. Muss ich gleich erst mal umswitchen. Fumi und seine Kopfnuss, ey. Das ist so schön. Noch zu viel Damage damit. Das ist unglaublich nice. Äh... Gruppe. Zack. Nice. Danke. Der Hammer! Nice! Obwohl das eigentlich eher ein Morgenstern ist, aber okay. Wir haben den Hammer, beziehungsweise den Morgenstern. Und... Ja, das ist, ähm... Halbwegs so wie eine Bombe kann man das sehen. Man kann ihn für solche Sachen halt nutzen. Ähm... Zum Beispiel halt, um Wände aufzusprengen. Oder halt aufzuschlagen in dem Fall. Ach, nee. Ähm... Dann kann man ihn aber auch noch dafür benutzen, um... So eine... Keine Ahnung, Statuen. So was in der Art Säulen zu bewegen. Und... Ja. Okay, er ist jetzt kein Stärker ein. Das ist gut. Auf Verstärkung. Dein Ernst! Och, Mensch. Das wird ein langer Kampf, Leute. Das wird ein langer Kampf. Ich weiß nicht. Ich bin immer noch immer überlegen, ob ich, äh... Solche Kämpfe eher vorspulen sollte. Oder vorspule. Weil, weiß nicht. Irgendwie... Habe ich da so den Reiz zu. Weil das jetzt ja halt nichts unbedingt... Berauschend Wichtiges ist, sag ich jetzt mal. Solche Kämpfe sind ja eher... Nicht so nötig zu sehen. Und wenn sie sich dann so unnötig in die Länge ziehen, ist es halt auch nervig. Finde ich. Zack. Einmal heilen komplett. Und wir haben eine neue Rüstung bekommen. Säberweste. Was macht die? So, das ist... Können wir das nicht auch kaufen? Ha. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon richtig sind. Och mein Gott, diese Viecher sind heftig nervig. Ja, ich spüre das gerade vor, Leute. Ich weiß. Ich mach das jetzt erst mal so. Bis sich halt irgendwer beschweren sollte. Äh... Stärker? Nice. Besiegt. Das ist gut. Und solche Teile hier kann man kaputt machen. Genau. Zack. 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 Ich weiß nicht, ob die für immer wegbleiben. Deswegen mach ich einfach mal alle weg. Und ich weiß immer noch nicht, ob wir hier richtig sind. Verdammt. Genau. Und hier kann man jetzt zum Beispiel... Ja. Oh, ich bin genau reingelaufen. Komm, machen wir mal einen Donnerschlag. Machen wir mal einen Bomber. Oh, schön. Machen wir mal einen Tornado. Ich weiß nicht, ob ein Tornado was bringen sollte oder was bringt. Kann der sein? Ja, es ist akzeptables Damage auf jeden Fall. Das ist auch auf jeden Fall gutes Damage. Eine Kopfnuss ist sowieso immer schönes Damage. Ruft Verstärkung und ruft Verstärkung. Okay. Der kann doch mal angreifen. Okay. Okay. Besiegst. Dann greifen wir die jetzt restlich noch... Restlich? Ich glaube, das ist sogar richtig. Greifen wir den Rest noch mal normal an. Wir haben einen Psychosaft bekommen. Okay. Ich glaube, das erhöht irgendwas. Ja, das war doof. Ähm. Achso. So, wir müssen das nämlich dorthin kicken. Nein, ich will... Zack. Rüber. Darüber. Hier hoch. Ich weiß nicht, was links noch war. Äh, was wichtiges? Da ist eine Schlüsseltür. Achso, Moment. Ah, lol. Oh. Verdammt. Ursprungszauber. Damn. Okay, Moment. Auf jeden Fall aktiviert die Mitte... Das Ding. Muss ich da jetzt gerade durchlaufen? Ne, das macht keinen Sinn, da gerade durchzulaufen. Moment, äh, machen wir es noch mal. Fangen wir noch mal mit dem rechten an. Fangen wir mit dem linken an, oder? Moment. Funktioniert das überhaupt? Das linke aktiviert den da hinten. Ach, doch, klar. So, genau. Dann kann man nämlich über den rüberlaufen. Stimmt. Dann kann ich... Okay, Moment. Wie habe ich... Das ist... Ja, das ist falsch. Okay, Moment. Ach doch, wir müssen damit anfangen wahrscheinlich. Hier so lang gehen. Zack. So. Ne. Das war auch doof. Jetzt kommen wir nicht an den. Okay, Moment. Ich schaffe das Rätsel noch. Irgendwie. Ich schaffe das Rätsel noch nicht an. Ähm... Von dem... Nee, das macht auch keinen Sinn, oder? Ja, gut, jetzt haben wir uns aber hier eingeschlossen. Mann, verdammt. Okay, Moment. Ich glaube, ich muss so anfangen. Zack. Schon wieder nicht. Müssen wir sonst mit der Bitte anfangen? Ich glaube, mit der Bitte anfangen. Das sieht... Nee. Doch nicht. Wenn ich jetzt hier lang gehe... Ja, verdammt. Schon wieder. Mann. Okay, Moment. Gehe ich mal von der Mitte... Hier lang? Ähm... Wenn ich jetzt von dem hier... Ach, warte mal. Ich muss nur zwei aktivieren. Und das reicht dann schon? Oh, leu. Okay, Mitte und links muss ich aktivieren, wie es aussieht. Oh, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Damn. Jetzt sitze ich hier die ganze Zeit an dem Rätsel. Ähm... Da auf den wollte ich jetzt nicht raufgehen. Zack. Und wie es aussieht, noch den hier. Nee, doch nicht. Vielleicht rechts und links? Zack und... Zack. Auch nicht. Äh... Moment. Muss ich vielleicht... Muss ich vielleicht... Hm-hm... Wenn ich jetzt nach hier gehe. Ne, auch nicht. Wenn ich nochmal so mache. So, und hier rauf. Das macht auch keinen Sinn. Mann! Das kann doch nicht wahr, Stein. Fangen wir nochmal hier mit an. Ah, ich hab's. Ah, wow, hat ja auch lange gedauert, irgendwie. Hat echt lange gedauert. Oh Gott, Leute. Oh Gott, das ist nicht dein Ernst. Ei, 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 ei. Jetzt ist der Part. Wow. Ich hab nicht echt die ganze Zeit an diesem verdammten Rätsel gesehen. Oh Gott, und das war nicht mal wirklich schwer. Mh, Mann. Okay. Ich bin super toll. Gut. Belassen wir es dabei. Wir haben eine Axt bekommen. Ja, die kann nur ein Guide tragen. Höllenwind. Und wir haben einen Kraftring bekommen. Er senkt die Abwehr. Stärke und Dings. Und Seeland. Bewegung ein bisschen runter. Aber ich glaub den Se... Ja, ich glaub Seeland kriegt den. Ja, das steigt richtig in die Höhe. Steigt, ja, steigt richtig in die Höhe. Steigt sehr in die Höhe. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, hier beenden wir den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Ich hoffe, das Armageddon tut. Wenn süße anиц compañere Finger wie viel zu sein. das ist was ein ziemlich PU lackos zum Beispiel. Wir sehen uns gibt. Wir sehen uns malhythmus aktuelles. Wir sehen uns wie auch in. -, wir sehen uns gonna mögen. Untertitelung des ZDF, 2020